Kris Jenner spricht offen über ihr größtes Bedauern im Leben, das Fremdgehen an ihrem ersten Ehemann, dem verstorbenen Robert Kardashian. Das ikonische Momo und der berühmte Strafverteidiger waren von 1978 bis 1991 verheiratet. Gemeinsam hatten sie Kinder, Courtney Kardashian, Kim Kardashian, Kahaloy Kardashian und Robert Kardashian Jr. Sie ließen sich zwei Jahre nach Kris Affäre scheiden, und Robert heiratete anschließend zweimal, Jan Ashley von 1998 bis 1999 und allen Pearson für nur ein Jahr im Jahr 2003, als er an Speiseröhrenkrebs starb, 30 Jahre nach der Trennung. Kris öffnet sich über ihre Bedauern in der Ehe während einer kürzlichen Folge von Huel de Kardashians. Kris führte ein emotionales Gespräch mit ihrer Tochter Kahaloy, die selbst mehrmals vom Vater ihrer beiden Kinder, Tristan Thompson, betrogen wurde. Was hast du dir dabei gedacht, als du betrogen hast? Fragte Kahaloy, und Kris erklärte zuerst, sehr jung und dumm zu sein, spielt eine Rolle, weil man die Konsequenzen seiner Handlungen nicht wirklich versteht. Auf die Frage, was sie dazu brachte, sich anderweitig umzusehen, gestand Kris, ich weiß es nicht, denn er war ein großartiger Ehemann und ein großartiger Vater, und ich denke, ich geriet in eine Situation, in der ich dachte, dass das Gras anderswo grüner war, bevor ich erklärte, ich habe einen großen Fehler gemacht. Das ist mein größtes Lebensbedauern. Nach der Scheidung von Robert Kardashian heiratete Kris Kathleen Jenner, aber sie trennten sich 2014 nach einer hochkarätigen Scheidung. Kris Jenner fand Glück in ihrer Beziehung zu ihrem Freund, Corey Gamble. Kürzlich gab es auf Tumblr das Gerücht, dass Meghan Markle einen Freund namens Markus gebeten hat, einen jungen attraktiven Mann in Soho House vorzustellen, um mit Kris Jenner zu flirten. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen von Meghans Bemühungen, Kontakt zur Kardashian-Familie herzustellen. In den letzten Tagen sind Meghans Tricks immer seltsamer, sie möchte einen männlichen Begleiter engagieren, um eine einflussreiche Frau in der Showbiz-Branche zu überzeugen. Meghan sollte sich daran erinnern, dass Kris derzeitiger Partner, Corey Gamble, ein amerikanischer Talentmanager und Fernsehpersönlichkeit ist, der ein Nettovermögen von 1.155 Millionen Dollar hat. Angeblich arbeitete er als Tourmanager von Justin Bieber, als er die Reality-Queen kennenlernte. Jenner, 67, und Gamble, 42, trafen sich erstmals bei einer Party im Jahr 2014, als die Matriarchin der Kardashian-Familie sich von Kathleen Jenner trennte. Sie führen eine romantische Beziehung. Die Nachricht kommt, nachdem es einen neuen Bericht gibt, der besagt, dass die Herzögen von Sussex dringend davon abgeraten wird, Geschäfte mit den Kardashians zu machen oder in deren Shows oder auf ihren Social-Media-Konten aufzutreten, da sie und Prinz Harry in Großbritannien zum Gesperrt werden. Laut einem neuen Bericht wird Meghan Markle gesagt, dass sie Abstand von Christiana, Kim Kardashian und dem Rest der Kardashian-Familie halten soll, wenn sie ihr Image nicht weiter beschmutzen will. Es besteht kein Zweifel, dass die königliche Familie absolut fassungslos sein wird, einen ihrer eigenen, Prinz Harry, in einer Realität schon mit einer Berühmtheit zu sehen, deren Anspruch auf Romance-Sex-Video ist. Die ehemalige BBC-Korrespondentin Jenny Bond drückte es so aus, persönlich denke ich, es wäre lächerlich und ehrantwürdigend, in den Kardashians aufzutreten. Ich denke, sie sind besser als das.